Frage an Marc Lettao, wie ist der organisatorische Ablauf mit Anreisen morgen nach dem Training? Warte mal kurz, Marc Lettao, was sagst du? Marc Lettao ist nicht da. Achso. Sorry, ich war unterwegs, aber da bin ich wieder. Sorry, war meine Schuld. Sorry, war meine Schuld. Sorry, war meine Schuld. Sorry, war meine Schuld. Vielen Dank.